Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs. Es geht weiter. Mit der Cop-Mission. So, hier geht er los. Okay. So, dann legen wir mal direkt los, ohne Pausen, ohne, ohne, äh, äh, Schnupfen, ohne, äh, Naseputzen, ohne alles, ohne wat. Keine Ahnung. Warum Wei denn eigentlich immer wieder schubs manchmal, ne? Da, da ticke ich auch manchmal nicht. Der, der mag den wahrscheinlich nicht. Hey, what can I do for you? Ich nimm da das Motorrad. So, das war nur ein Zwischensequenz, also, ähm, Serienmörderhinweis. Ja, wir könnten, mein letzter Kill machen wir später. Ah, das Motorrad hab ich, hab ich mir, umsonst geholt. Du wirst anhalten. Ich. Nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Vollidiot. Ich brauch doch nur das Taxi, man. Das war's, ey. Oh. Ich hasse euch, ey. Verdammten Säck, ey. Oh, die Karre sah geil aus, aber davor. Da vorne seh ich auch schon ein Taxi, glaub ich. Ja, da haben wir einen. Jawohl. Und diesmal wirst du nirgendwo fahren, okay? So. Für Taxi nehmen. Okay, so. Ja. Kopp-Mission, ja. Bitteschön. Danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Wow, Mr. What the fuck? Ich dachte, der hätte mich überfahren. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Jetzt kommt's, bestimmt. Eine Arztkleidung, oder? Nee, Polizei. Alles klar. Gehen Sie zum Tatort. Ich glaube, an dieser Mission geht irgendwas mit Kanonen oder so. Bestimmt. Da ist ein Waffen im Spiel. Bestimmt. Überrehen Sie den Kopf zu gehen. Wer bist du? Bomb-Squad. Hörst du, ich sehe, irgendwas zu spät, Officer? Was? Ja. Nein. Ist es eine Bomb? Äh, du weißt, könnte es auf jeden Fall gehen. Ich glaube, der Blast wird mehr als ein paar hundert Meter gehen. Entschuldigung, ich habe etwas in meinem Auto gelegt. Dankeschön, dass sie weggehen. Alles klar. So, wir haben... Wir sind hier im Tatort anscheinend. Interessant. Da waren noch einige von unseren Männern anscheinend. Das wollen wir doch mal herausfinden. Wer das war, das Ganze. Ach, du Scheiße. Da wurden alle verbrannt. Das gibt es doch gar nicht. Okay, die Leiche müssen wir fotografieren. Anscheinend. Ja, ja. So. Ah. Wir müssen die Leiche auch noch durchsuchen. Das gibt es doch nicht. Ja, ja. Shit. Sie finden an der Leiche eine seltsame Schnittwunde. Okay, wir müssen die andere Leiche wieder durchsuchen. Diese Leiche hat dieselbe Schnittwunde wie die erste. Offenbar wurden alle drei Leichen ein Organ entnommen. Stimmt. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. So, jetzt kann Way aber auch rennen. Das freut mich. Ja, wie ihr sehen könnt, bei der Gesundheitsregeneration, da hält das jetzt besser aus. Auf jeden Fall. Das hält jetzt besser aus. So, jetzt ziehen wir mal unsere alten Kleidung wieder an. Und wir müssen Tang anrufen. Alles klar. Ja. Was hast du gefunden? Vincent. Sie haben Vincent. Ich bin sorry. Ich weiß, er war dein Freund. Was sollst du machen? Alle die Verküden waren Sanna und Yee. Alle hatten ein Organ entnommen. Kupfen direkt aus dem. Und du bist richtig. Das ist nicht nur um Gebet. Was ist dein nächster Schritt? Das Entnommen sieht professionell. Ein Arzt von einem bestimmten. Ich werde in die Krankenhäuser schauen. Wenn jemand die Organs stöhnt, muss er sie für etwas benutzen. Okay, behalte mich informiert. So, suche ich erstmal ein Taxi hier. Serienmörder, Hinweis 2. So, die Cognition, die mach ich schon mal alle. Damit es hier mal vorankommt. Also, ich häng ja schon sehr an Sleeping Dogs jetzt fest. Und ich will das auch mal jetzt zu Ende bringen. Nein, nein, nein. Oh, wey, ey, du bist so ein Idiot, ne? Alter, wir haben schon 736.000, ey. Wir haben beinahe 1.000.000, ey. Schadensreduzierung. Alles klar. Oh, 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 oh. Taxi, Taxi. Missgeburt. Schnauze da vorne. Beziehungsweise hinten. Oh, der Taxi, der fährt weiter, ey. Der beachtet uns gar nicht mal, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Mann, ich suche einen beschissenen Taxi, Mann. Darf doch nicht so schwer sein. Oh, ey. Hallo, ich will Taxi. Können wir mich überhaupt hören? Ja, das brauchen wir eigentlich, aber das nehme ich nicht. Weil ich keine Lust habe. Mein Gott, ey, Taxi. Ich will Taxi. Ich will verdammten Taxi jetzt. Ah, da kommt ja auch einer. Gut. So. Nächster Fall. Jo. Serienmörderhinweis. Okay. Central sind wir geraten. Fahr nicht weiter. Das wäre mein Tipp. Ach so, da hat er gesagt, ne. Dass der, äh, zu einem, äh, Krankenhaus gehen wird. Und dort, da vorne steht auch einer. Versuchen Sie sich im... Ja. Okay. Diesmal verkleiden wir uns aber bestimmt als, äh, Arzt. Bestimmt. Garantiert. Gleiter erstmal da drüber. So, ich nehme mal hier eine Dose. Ich weiß überhaupt nicht, was es bringen wird, aber wir werden es daraus finden. Erhöhter Schaden. Oh. Das wird hinhauen. Das wird hinhauen. Der sagt ja, das wird ja, äh, doppelt so, äh, effektiv werden. Dann bin ich nochmal gespannt. Oh, jetzt sind wir als Arzt. Jetzt sind wir als Arzt. Und wie ich sehe, haben wir dort eine Jade-Statue. Das Schwein, glaube ich. Ich habe sehr interessante Gespräche. Zwischen den beiden. Warum ist es denn eigentlich in diesem Spiel so einfach, jemanden, äh, zu überreden? Ah, okay. Wir müssen wieder kurz angeben. Glaub ich. Ja. 0, 1, 2, 3. Oh. Dann mache ich das mal hier. 0, 3, 4, 5. Okay. Die 0 ist richtig. Mal wir mal hier in der 5 und hier in der 6. Und hier in der 6. Okay. Dann mache ich das zu 8. Alles klar. Arzt geht zurück. Arzt geht zurück in 3 Minuten. Was sind sie, das Büro des Doktors, bevor er wiederkommt? Ah, okay Die Wanzen müssen wir platzieren Bestimmt müssen wir schrauben Ja, lösen, dachte ich mir doch So, das hätten wir schon mal gemacht Wanze kalibriert Und wieder aufschrauben Klacken wir in den Safe des Doktors Bevor er wieder kommt Oh Mann, ey Achso, ja das ist bestimmt leicht Wir sind schon abgehertet Wegen Tresoren und so weiter Die hatten auch so ein Schloss Liegt da Kohle drin? Vorfinger Wu? Was machst du, wenn du mit 18k Red Bulls Möder 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 Teng, es geht Was hast du gefunden? Ich habe den Doktor Und Stufe 7 Kommt zu mir Möder Möder Äh, eine Statue Ach ja, dort liegt ein Tresor Ich wette, dort liegt eh so ein Geld Verdammt, jetzt muss ich noch eine Runde drehen So Ikose-Schuhe Kleidung gefunden, ja, ja Aber jetzt können wir das Hangsee bestimmt nicht finden Oh Mann, ey Da vorne blinkt es Ich glaube, dort haben wir auch so ein Police Race Ja, ah, ich will diese Karre Ich will die Karre, Mann Ich will die Karre, du Bauer, ey Wir hatten doch da vorne irgendwas, was blinkt, oder? Ah, okay, da war eine Kamera Ah, hier Ja, da können wir es sehen, hier Ja, genau hier Immer höher, immer höher, immer höher Okay, da ist es Wir müssen eigentlich nicht machen, aber Das mache ich trotzdem mal So, zwei Und drei Die drei ist falsch Die vier Fünf Sechs Das gibt es doch gar nicht Das gibt es doch gar nicht Dann müssen wir mal bis sieben machen Acht Neun Ah, okay Geil Sie haben eine Überwachungskamera gehackt Ob das was gebracht hat, weiß ich selber nicht Aber egal So, wir machen die nächste Mission Also wir wollen auch mit der Story weiterkommen Letzter Kill Weiter geht's Weiter jetzt Ja, ich steig jetzt aus Wir haben dafür 310 Dollar Geil Naja, egal Ja, ich steig jetzt aus Ja, ich steig jetzt aus Das Leben wird Menschen schlafen. Ich bin Winston. Das ist mein Fehler. Ich würde ihn鼓励. Jetzt! Jetzt! Ich will ihn. Ich will ihn hier. Oh, da war eine Limousine. Aber der fährt weiter. Wo müssen wir nochmal hin? Oh, fuck ey. Dog-Eis-Versteck. Das wird interessant, Leute. Das wird interessante Story werden. Langsam, langsam, langsam sind wir von dem Tutorial weg. Jetzt haben wir ja erst richtig angefangen. Oh, ich bin falsch gefahren. Falsch abgebogen, ja. Das war doch mal geil. So, da ist es. Warning. Gewohnt, gewarnt. Okay, Dog-Eis müssen wir suchen. Das wird interessant, also... Krass, krass, krass. Da vorne sehe ich schon meinen Tresor. Das war doch der Typ, der... unsere Schwester... äh, also... ...gefriedigt hat. Hey! You suck off Winston before he dies! Huh, wait! Oh, you're just kissing and feeling each other off, huh? Mimi? She wants to shine like that. What the fuck? No, you flushed a little Dope and the panties disappeared. Hahaha! What the fuck? Eine Rampel! Anything happens to me? Big smiley is going to send talk to ask questions. You got it, Wink? Huh? Der ist immer noch notgeil wie vorhin... wie vorher. Okay, wir kriegen einen Anruf von Duke. Get down to the Dope. I'm gonna need to pick up now. Got it! On my way! Okay, der hält an. Au! Knöchelbruch. You don't know what you're messing with, Sin, huh? You're gonna get yourself killed, man! Ungeschickt. Oh shit! Yes. Don't get up now! You're gonna die scream, Wei! Huh? Oh! 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 Bam! 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 Boah, der hat gesessen. Doggeist, du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen. Das passt doch. Jetzt reiz langsam! Bruce Lee! Halt ihn in den Neck! Jetzt! Ah! Der kann kontern, der kann kontern. Ich muss aufpassen. Ah! 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 Ich nehme das Messer lieber. Der könnte uns behel- 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 sein. 1890 So, die nächsten Schläger wartet auf uns. Und die haben jetzt alle Schiss! Oh! Ah! 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 Komm, steh auf, komm. Wo soll ich den hinschicken? Da. Da, oh. Autsch. Autsch. Wohin soll ich den? Dahin. Verdammt, ich wollte den... Einhaken. Wo ist der? Was du willst, Mann? Du hast ein paar Schmerzen gemacht, Sammy. Was hast du mich an, Mann? Niemand hat mich an das mehr an. Das ist über mich ballin' deine Frau, nicht wahr? Du musst mich an, Mann. Wach, kleine Bruder. Es ist nicht so, dass ich die Hände in die Hände... Du kannst du diese Sachen persönlich machen, Wei. Es war business. Du weißt, was ich sagen? Ja, und Winston, und Peggy. Oh, fuck. You're coming with me. Look, maybe we can cut a deal. Alright, stop all this shit, man. And I'll make sure that Big Smile Lee cuts you in on one of the side business. Maybe the fucking whole damn thing. I mean, hey, we can be generous, okay? Yeah, he's gonna be the future chairman of the fucking Summer on Yee. Yeah? You and Big Smile Lee are pretty close, huh? Yeah, we're tight like motherfucking brothers. So, I have to free myself here. Bam! 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 Und zack! Boah, der hat gesessen. Der hat übel gesessen. Peggy schlafen. So. Uuuh, der deckt. Komm herr! Nimmat! Komm herr! Nimmat! Du hast meine Schwester gebumst! Du bist jetzt immer wieder geschlagen von mir! Nee, das war es nicht wert! Ich werde den noch schlagen! So! Ich ist ne Hurensohn! Nochmal! Und nochmal! Und nochmal! So, das wird wohl reichen glaube ich! Du wirst meine Schwester nicht mehr antun, okay? Nichts mehr! Rein mit dir! Hey! Ah! Ah! Wohin gehen wir? In das Restaurant! Oh, wir haben schon... 27 Minuten! Frau Chiu! Sie hat etwas, was sie ihm will sagen! Frau Chiu! Alles klar! Lass mich auf deine Hände! Der redet da noch! Wir können uns selbst beobachten! Wir können uns selbst beobachten! Ha! Du bleibst mich unentemt! Aber du und ich haben das geschehen und es wird schnell passieren! Dieser Scheiße! Er verdient das Schlimmste, was wir ihm geben können! Du bist der Schlimmste! Genau! Wir haben ihn auch ein bisschen gehauen! Okay! Jetzt wird geballert! So! Und der nächste bitte! Dankeschön! Wir sind fast! Nein, nein, nein! Wie ist das? Nein! Nein, nein! Wtf! Wir kommen, wir sind die Fluss! Nein! Herr, 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 Herr! Und hinter uns ist es noch welche. Hat ich überhaupt nicht gedacht. What the fuck ey. Was ist los ey. Lol. Der hat den Eiskel zu schrutt gefahren. Jetzt habe ich den schon wieder nehmen. Nein man, ich habe keinen Bock mehr. Ey, jetzt ist schon wieder von vorne anfangen. Das darf doch nicht wahr sein. Wir bringen ihn zu Mrs. Chu. Sie hat etwas, was sie ihnen will sagen. Mrs. Chu. Okay. Ja, ja, ja. Oh Das wollte ich nicht, vielleicht Aber so viel Action wollte ich reinbringen Dann der nächste Und her So ihr werdet nicht mehr Und killen Obwohl ihr es nicht wart, also nicht ihr wart, sondern Der Fahrer da So, diesmal sind wir Richtig krank, gut Ne, das war's natürlich nicht Ja, kommen noch mehr Autos Bam Einer nach dem anderen Okay, wir haben es abgehängt Gut Geschafft Ziemlichlich Habt ihr das auch gesehen? Da stand ziemlich, nicht ziemlich, sondern ziemlichlich Heißkalt Sprachfehler Ja, ich schriftfehler Tänze weißen, ja Oh, what, what the fuck you doing, huh? Wait, 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 wait Sit down and shut the fuck up Jesus I haven't been here in fucking years Sammy, Sammy, what the fuck you doing, I'm not fucking hungry Sammy Sammy Sammy, you're so happy to be here in my face I'm going to be here in my face I'm going to be here in my face I'm going to be here in my face No, don't worry, it's not just you one of the people Your friend Johnny, and the little guy, he's in here What the fuck? He's crazy I'm going to be here in my face I'm going to be here in my face Wait, if you have a problem with me Then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this Sorry It's nothing personal Just business Oh, my God Oh, my God No, no, no Das hat bestimmt wehgetan So, was haben wir denn gekriegt? Letzter kill Okay Ehm Alles gut Alles gut Wir haben dafür eine halbe Stunde gebraucht Also, die komplette Folge 우리04 씨 min Fuck. So, Wei, ähm, da liest du erstmal eine Nachricht, und zwar Onkel Po will dich sehen, komm ins Krankenhaus, Big Smiley, Tu Shin und Tiao warten schon. Alles klar, in der nächsten Folge machen wir das, also, bis dann, Leute.